Jetzt in Allensteig, kennst du Allensteig, die Truppenübungsplatz, ja, haben Schafe ausgesetzt, Muffi und Schafe, und jetzt ist der Wolf gekommen, ja, und hat gewütet mit den Schafen, ja, jetzt gibt es keine Schafe mehr, sind alle gefressen vom Wolf, vom Wolf. Jawohl, man kann Wolf und Schafe nicht zusammenstecken, ja, denn der Wolf frisst alles, ja, und ich frage mich, wenn der Wolf einen Soldaten frisst, ach ja, wo sorgt die Regierung dazu, ach ja, Ja, die ganzen Schafe sind schon fort, sind schon vom Wolf gefressen, ja, der Wolf hat gesagt, die wären gut, ich hätte noch viel mehr fressen wollen, ja. Ja, das Militär hat das eingestellt, warum, und gesagt haben, es kann das nicht geben, ja, wenn man so viel Schafe gefressen hat, doch ja, da überlebt doch kein Schaf in dieser Gegend mehr. Ja, nur mehr Wolf, nur mehr Wolf, nur mehr Wolf, und sonst nix, und meinst du glaubst, der Wolf lässt die Schafe am Leben, ja, nein, der Wolf frisst sie alle, wie und wahr. Ja, der Wolf hat immer Hunger, Hunger, ja, umso mehr frisst, umso lieber isst er, ja, so geht das, und nicht anders. Ja, der Wolf ist da zu fressen, ja, er frisst alle Schafe, Rucke, Zucke, ja, ob so glaubst oder nicht, es ist so, das Militär sagt, Wölfe und Schafe passen nicht zusammen.